Let's do this! Yeeeeeeeeeeeeeee! Der wusste ja nice! Wim den vorfüllen darf! Wim den vorfüllen darf! Du die Munnen kann die Puffizien! Ich mach echt! Äh, wir gehen da! Äääh! Wem nehm ich denn jetzt? Außen da! Einhaltung! Äh, ich bin IQ-Mieter! Jawoll, ja! Ich will wieder meine Lina in Turnschuhe anziehen! nur wo wir starten außendächer oder wollen wir zwei teams machen und vorrücken nach vorplatz vorplatz und dann vorrücken ich folge ich habe ich bin sowieso also ich bin zu gehypt auf das game gerade das ganze team hier okay also ich warte mal dass sie alle hochgehen es hat gerade rumgesprach sorry ja bei mir auch deswegen habe ich dich erstmal vorgelassen ich habe ich habe also ich gucke von den anderen seite ich schieße mal hier unten ins fenster rein warte ich geh rein ich habe fenster im blick ich komme ich komme ich sehe schon von außen ich sehe schon von außen warte 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 ich komme warte warte ich komme über den dächer rein ich komme runter warte ich bin da erst zum miro ja gibt mir deckung danke habe ich weil ich habe die dächer ich war oben auf den dächer auf welcher schwierigkeit habt ihr das gemacht ich gehe aus nach oben innen nach oben gesichert ganz gut alles gut alles gut alles gut alles gut oder was ich nehmt ihr hier hinten weiter nach oben dass wir so miteinander kommunizieren ganz ruhig ganz ruhig ok sehr gut kommt mir gerade entgegen sehr schön richtig ich gehe raum hier hinten rein sicher alles frei vorsicht ich bin übrigens gut auf 25 warte ich mache eine granate rein nicht nicht weg ja treppenhaus wo bei mir sein da war ein mobiler schild ich höre ja auch bomben ein moment auf treppe und ich muss erst mal gucken wir müssen irgendwo bomben sein ja hier vorne bei treppe ich gehe nach unten ich muss erst mal unten frei bombe ist ausgeschaltet ich bin von der elektronik da oben muss man erinnern oh hier sind viele bomben ich habe bis jetzt noch keinen gesehen ja hier unten was ganz unten ich glaube die sind nur unten im keller die sind im keller ich habe hier jemand gerade irgendwas ich habe die scheiß bombe nicht gut hier ist jemand wo 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 geh weg geh mal weg ich schmeiß granate rein da ist nochmal noch sprich mit unten was wo hier ja wo ja ja sehr schön ja hier eigentlich mal ähm tom du musst uns immer sagen wenn du da aus der tür raus schießt von wo der schießt von wo das kommt ja mhm schatz blickse alter hast du nicht mordstruckt alter schwede Besser maaann! Besser maaann! Alter! Hab ich überhaupt einen? Ich hab zwei, glaub ich Ich hab ein Kind!